So, er hat den Kettenhund befreit. Nein! Was denn? Lass mich an den Stern ran. Nein! Ich werde immer weggedrückt. Ich komme nicht an den Sternkordeln. Alter, ich habe schon wieder den Gift-Effekt und ich komme nicht klar. Die Kamera. Was ist hier los? Die Kamera. Warum? Rette mich. Nein. Ich hatte wieder Gift-Gas, ich bin wieder tot. Nein, ich habe mich nicht befreit. Scheiße. Was ist das? For you, for you. Hallöchen Leute, wir heißen euch willkommen zu einem One-on-One zu der Super Mario 64 Chaos Edition. Zwischen mir, dem guten MOP-Mobilchen, MOP und dem Korne. Ja, und hier, meine lieben Freunde, ist Chaos vorprogrammiert. Alter, aber was zum Chaos? Alter, du hast das gerade wirklich gesagt. Ja, wieso? Du hast gerade wirklich gesagt, oh, hier ist Chaos vorprogrammiert. Korne? Ja? Der erste Stern ist für mich unendlich weit entfernt. Ach, du Scheiße. Geil, du fährst, Mario. Mock, ich laufe nicht aufs Bild und komme rechts wieder. Oh Gott, ich bin viel zu schnell unterwegs. Nein, Mario. Nein. Was? Ihr habt die Kanone aufgemacht. Äh, Korne, ich bin gerade in die Kanone reingehüpft und da war nichts und hier steht jetzt BOOM. Hier comes the Master of, weißt du, Mischief, the Tower of Terror, the Big Boo. Ha, 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 ha. Hä? Der Big Boo? Wo bin ich hier? Komm, komm doch rein, Mock, was ist dein Problem? Ich versuch's doch. Mock, kommst du noch, oder? Ja, ich bin da. Nein, 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 ich bin schon wieder gestorben. Will ich auch. Shit, was will ich jetzt noch machen? Weitsprung machen und ich hatte uns, ich war eine Wende beim Weitsprung vor mir. Und dann bin ich runtergefallen. Das heißt, muss ich auch Skill beweisen, ich bin bei König Bob-Bomb, Alter. Bäm, ich hab einen Stern. Was? Wo, was? Bäm. Stern Nummer drei und ich bin jetzt auf den vierten. Alter. Die, die Rutsche, kennst du die nicht? Doch, ich hab von der Rutsche gehört. Ja, die funktioniert einfach falsch. Alter, Korne, jetzt wird's ernst. König Bob-Bomb, mir fehlt noch ein Treffer und Giftgas. Das Shit ist aktiviert. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Mein Spiel hängt. Ja, sei froh. Ich hab König Bob-Bomb zum letzten Mal gegrappt und jetzt hat sich mein... Ja, warte einfach. Ich hab doch zwei... Ich hab doch zwei Leben. Kordel! Ich hab Angst. Es ist knapp. Die Musik läuft noch weiter. Ich glaub, hier passiert nichts mehr. Ähm, soll ich so nichts sagen. Ich weiß es nicht. Was musst du denn sagen? Ich auch nicht. Soll ich jetzt noch warten? Ich glaub, ich warte jetzt noch kurz. Nein! Das ist nämlich die Chance meines Lebens. Das muss ich wahrnehmen. Der nächste Stern. Alter. Bäm. Unter 21 Sekunden rutschen. Alter, ich... Ich muss wieder neu starten. Der letzte Treffer bei König Bob-Bomb. Das ist so unfair. Korne. Ja. Ich wurde gerade so heftig von irgendeinem Druck aus der Schneewelt rausgehauen, dass ich meine Mütze verloren habe. Weißt du, wo die Mütze liegt? Nein. Irgendwo... Die ist jetzt irgendwo hier runtergefallen in der Schneewelt. Ich bekomme die Mütze nie wieder. Ja, ich hatte die gerade... Alter, was? Ja, ich hab ihn! Was ist? Alter, wie du das sehen konntest. Werde ich ja vielleicht in dem Nachhinein. Das war wünschenswert. Kletterein, Mario. Und die Leute fragen mich, warum ich kein Let's Play zu diesem Spiel mache. Mach doch 120 Sterne ran. Das ist eine gute Idee. Alter, Pigui, lass mich vor. Uh! Uh! Yes! Ein Pigui, das Schild besiegt, Alter! Die Musik! Okay. Sag mal ruhig, vorne. Na, ich bin tot. Bullshit. Alter, meine Soundeffekte von Mario spacken gerade ab. Ja, das war bei mir... Die Musik bestand bei mir gerade aus Mario-Geräuschen. Alter, ich hab immer noch den Magnet an. Ach, ich habe den Stern doch schon vom Kettenhund. Scheiße.